3-Fach-Opa, jetzt gratuliert Prinz Carlos William und Katte. Und noch ein Wirbelwind in der Familie. Am Montag verkündete das britische Königshaus die frohe Botschaft, dass Herzogin Katte, 36, und Prinz William, 35, zum dritten Mal Eltern geworden sind. Gemeinsam mit ihrem Sohn begeisterten die beiden bereits die Presse und noch jemand ist total aus dem Häuschen, Williams Vater Prinz Carlos, 69. Einen Tag nach der Geburt meldet sich der Prinze auf Valis zum ersten Mal. Wir sind beide, Anmerkung. Der Rät, Carlos und Ehefrau Camilla, so erfreut über die Nachricht. Es ist eine große Freude, ein weiteres Enkelkind zu haben, heißt es in der offiziellen Mitteilung auf Twitter. Zum vierjährigen Prinz George und zur zweijährigen Prinzessin Charlotte gesellt jetzt noch ein Baby dazu und der stolze Opa scherzt, das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich mit ihnen mithalten soll. Auch die frühere First Lady der Vereinigten Staaten, Michaela Obama, 54, postete einen Glückwunsch auf Twitter, Barack und ich freuen uns, dem Herzog und der Herzogin von Cam Riepke zu ihrem neuesten Ankömmling gratulieren zu dürfen. Wir hoffen, ihn bald bei einer Kensington Palace-Pyjama-Party zu treffen. Dazu teilte Michele ein Foto, das das erste Aufeinandertreffen von Ehemann Barack, 56, William und George zeigt. Während die Erwachsenen einen Anzug tragen, hat der Junge einen Bademantel an. Tipps für Promiflas? Einfach E-Mail an, tipps at promiflas.de. .